Jo Leute, willkommen wieder zurück zu Sparks Challenge mit Flash Und mit Centos am Apparat Aber mit Flash, was nix Neues ist, nix Neues, nix Neues Und ich wette jetzt, ich hab ganz kräftig mit mir überlegt, ich wette dieses Ziel jetzt einfach als Ja Weil das ist einfach zum Kotzen mit der Katze Die verarscht mich doch Und in dem Sinne... Wer wird dich denn nicht verarschen? Weiß ich nicht Alle verarschen sie mich Will dich auch verarschen Ich spring jetzt einfach irgendwo runter, damit ich sterbe, weil den Weg laufe ich nicht Obwohl ich nen Enderpearl hab Und mate Warte mal, kann ich hier nicht die... Und mich wieder runterlaufen Autsch, hat mich getorben So Jetzt bin ich hier fast am großen Baum Ich werde mich einfach töten und ich hab 26 Level, was mich ankotzt Eigentlich Na jetzt rennt er da runter, ist er dem nicht? Ja Na Na Ich sag ja nicht du, ne Du und Ja Und das Smitherskelett war so dem nicht Ja 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 Ja, ist klar Genau so dämlich Sagen sie alle Biskelett Stirb einfach Männchen Diese verfickten Geister Na Na, ist doch so Die unfreundlichen fliegenden Geister, okay? Aber nicht verfickt sagen Nein Diese heulenden Babys So, stirb Sind doch weinende Babys Eineinhalb Herzen noch Komm jetzt Ich muss mich doch langsam töten Ah Nein, ich töte mich ja jetzt Ich hab ja keinen Bock Ich hab ja keinen Bock den Weg zu laufen Tut mir ja leid Tot Achso Achso Na Muss ich jetzt lang Eigens nicht lang Tu mal links runter oder rechts runter Scheiße Zum Glück ist das bei den Hier ähm Zombiepicks nicht so Wenn du sie nur anrampelst Dass sie dich gleich angreifen Das wär lustig Das wär mies Sagst du Alter, was rumpelst du mich an, ey? Ich komm mit meinen Cousins Alter, rümpel mich nicht an Alter, rümpeli mich nicht an Da kommt er mit seinen Cousins Nicht rümpel ihn Immer nun Nicht rümpel ihn Hehehe 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 Flaschhuter fehlen aus einer großen Höhe Jetzt muss ich erstmal eindecken hier Komm her Komm her Komm her Gebratenes Hühnchen Hab ich hier noch Fleisch drin? Ja, hier ist ja auch noch Fleisch drin Soll ich mir Köpfe drücken Ich kreis die Fülle Bogenstärke 2 Hab ich Pfeile? Hab ich weniger Hehehe 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 Noch ein Koch Ich hab zwei Köpfe Tröste dich, ich hab auch einen, du Vogel Ich hab zwei Hab ich grad gesagt Erstmal ein Schwert Ich hab noch Holz Jupp Wissi 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 Komm, komm, komm Man muss sie echt immer irgendwo hinlocken Dass sie nicht runterfliegen können So Eisenrüstung eben schnell Ja Komm Wissi 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 So Schuhe Aber kann das sein, dass sie Also Spawnrat der von dem Größer geworden ist Kann sein Genau Wissi 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 So wie krieg ich jetzt Ich hab auch keinen Bogen mit Infinity Aber zehn Pfeile Aber zehn Pfeile Elf Das ist nervig Wenn man sowas nicht hat Ja Boah der Eisengolem, der räumt hier erstmal voll aufgeräumt hier vorhin So ich geh jetzt auch in die Höhle In die Hölle In die Hölle In die Hölle In die Hölle Ich hake jetzt erstmal noch das Ziel ab Ich hake jetzt erstmal noch das Ziel ab Aber das ist ne Pfeile So Hunde schießen ist viel So Weil ich sehe als sage ich ja 61 fertig so jetzt wird gefahren jetzt wird erst mal zwei herzen gehabt das natürlich nicht so gut ich könnte auch meine farm bauen einfach ich würde gerade sagen wo kam denn das schwein runter geflogen von oben von oben von so einem abhang du kamst von oben geflogen ok nein nicht aber anderthalb essen du noch kommt stirbt eigentlich wenn du das bollst du gerade um die ecke gehst um zu gucken und sich sieht und natürlich der haupt und ich hab keine spitzhacke voll bin ich immer ja das stimmt er ist mein spruch ach wir sind beide noch voll voller drogen ok ja die drogen den du nimmst nämlich nicht eindeutig ich habe selbst diese drei vier folgen verbraucht hier nur um diesen weg zu bauen in der hölle die sicher irgendwo runde langlaufen kommt 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 beim zweiten portal kommen ich höre schon gast und wir sagen ja solche mochen schlechten witz erzählen ein gast ist gast freundlich richtig gast freundlich richtig gast freundlich ja hier ist eine kuh in der hölle ja aber durch mein zweites portal nicht wirklich mein erstes ja ja den schaden ja und wir auch nein doch nein nicht nur ich nur nein nur du wie die koordinaten nicht gemerkt wo ich hin muss ja das ist natürlich geil ich mache mir mal eben hier koordinaten kontinuierende drinnen zieh und 97 nieder ja lass mal das scheiß steinschwert freines machen die immer kohle steinschwert ja eigentlich so ein unnötigen scheiß ich weiß wo kommst du denn her du bist wie boah ey das ist mies wenn mit einmal so ein wizard von hinten kommt aha von hinten ich wusste nicht dass du und der wizard zusammen seid und wir auch nicht ja ja centus ist alles gut ja sehr ruhig kannst ruhig ja sagen das war ja gar nicht lustig ich habe eine Lohnroute alter wo kommt ihr denn her oh man komm mal auf zu fliegen ich will dich treffen ah geht doch wo kommt ihr denn jetzt her ok ja ich wusste nicht dass hier irgendwo anders her kam ich weiß es nicht nö das hier boah ey die Lohnrouten sind scheiße nervig hallo Kuh geh mal wieder zurück ins portal komm haut mal wieder ab tschau haa boah boah machst du immer so komische Geräusche haa 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 weiß ja nicht was du immer da treibst gar nix naja ist klar boah haa haa boah haa 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 l wieso ja wenn du so eine eingebaute festung hast sind selten wieser drinnen wir sind meist auf diesen freien flächen wir oben drauf auch in überführungen deswegen ja freundlich ich hatte es wenn die wisse oben auf den rändern langlaufen das ist nervig harmlos ja komm mal mit drei fuß warum glaubt erst mal richtig wieser finden gold und goldschwert ok geht es runter in die tiefe und noch viel den getroffen ja eben dass es nur so wenig zeit neu ist mehr du schaffst ich brauche eigentlich noch ein paar lohnrouten aber hier nicht wenn man das andere hat zu sterben ich will ja für tränke nutzen eigentlich ich kann mich gerade mal komische küchen ist geräusch war dazwischen und gar verpiss ich will da von hinten genommen ein pik man doch in der nähe alter kam dieser von oben geflogen kommt der bisher geflogen ob ich nur noch ein paar herzen lalalalalalalalalalalalala und der will sagen sie haben immer ein paar gold äpfel eigentlich nur komm 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 das heißt nicht dass es nur so ein kurzes kacke waren nur so kurzes stück hier oder hat diese verfügten dieses form hatte ich habe zwei gefunden wenn du überhaupt ich habe immer noch nicht wenn man jetzt voll verrecken würde mit einmal das ist sehr geil das wäre das schlimmste was passieren kann das wäre richtig geil ja für dich wenn du sterben würde für dich nein aber ich lasse das immer nicht kommen wenn das diese komische effekt macht als bisher effekt haben wir einen guten namen für gehabt richtig schlau ich glaube auch zu wenig essen mit gleich ist wieder zu ende ich glaube ich gleich erstmal so nachts farme damit ich level bekommen und mir ein gutes schwert machen kann was man was zum glück ist dass wir das glätte keine bogenschützen sind wo das wäre geil das war so verdammt mich ist ich habe 30 knochen schon da ist eine nächste festung möchte ich mal da oder ist das die wo ich schon mal war da war ich schon mal ich bin damals einfach nur gelaufen hätte ich jetzt auch gemacht ich glaube auch fast im kreis machen ja kommt direkt ein gas neben mir hoch geflogen ist klar und dann so batz voll in your face okay aber würde ich aber mal sagen nicht bis zum nächsten mal noch heim